Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich heiße Lennart. Schön, dich kennenzulernen, Wynn. Was willst du hier? Ich vermute, ich soll mich mit dir einfreunden. Und mit deinen Vätern. Aber mein Herz ist gebrochen. Wieso ist es gebrochen? Wegen dem, was ich heute tun muss. Ich sehe da eine Frau draußen, die hat sowas wie eine Spitzhacke mit der Gelder und dem Hammer. Weißt du, wir vier haben einen sehr wichtigen Job zu erledigen. Um ehrlich zu sein, ist es vielleicht der wichtigste Job in der Geschichte der Welt. Wir wurden alle von einer gemeinsamen Vision berufen, die nun zu einem Befehl wurde, den wir nicht ignorieren können. Wir vier sind hier, um die Apokalypse zu verhindern. Eure Familie wurde auserwählt, eine furchtbare Entscheidung zu treffen. Wenn ihr bei der Wahl versagt, wird die Welt enden. und wollt die Welt enden.